Naruto ist ein japanischer Manga, veröffentlicht 1999 bis 2014, später umgesetzt als Anime bis 2007 und dann fortgeführt als Naruto Shifuden von 2007 bis 2017, also immer noch top aktuell. Der Leiter des Team 7, Kakashi und Naruto ziehen diese Tasse. Das Motiv geht einmal ringsherum und die Tasse fasst 320 Milliliter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017